Hartz-Harrer! 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 Das aber nicht! Und jetzt ist die Gelegenheit da. Sanzo geht in der Mitte mit! Und jetzt? Und jetzt machen wir rein! Jawoll! Ein Solcher Borussia Dortmund! Hasraf, Hakimi bringt den BVB! Just gotta leave him off the pitch and get Martinez to come play on this right hand side. Sancho, he's got it through! Borossi and Dortmund have completed the total top! Karim Benzema, 6-0 in the second half again. Karim Benzema is falling in the right corner. Good ball for Raphelot. The shot! Goal! Forward by Vidal, good running by Ashraf Hakimi. Lukaku's in the middle, points to where he wants it and he was inches away. And Sancho. And there is Hakimi. And again over time. Come Hoffman there? No! Hakimi is there! Hakimi in the center of Azar. And there comes Sancho! And it goes! Azar. He can't move on. Azar for Hakimi. Super! Götze! Yeah! He's hit! You're in a Minute! The quality of the game is still. It's very fast. He played well. And there he is! Shra hakim! Shra hakim with the short and 2-0! Shra hakim he has to push his leg to here! He's a great game! Now that he's winning... ...I believe it's a great ball! It's the first stage for the BVB. Jetzt wird das Spiel wieder super! Sanctio ist da! Rauschen, Hakimi! Alcázar! Lukaku? Lukaku! Hatte Hakimi, der... ... und der Ball hat Inter geflogen. Und Aschraf Hakimi ist zu testen. Und er hat den Platz, um ihn zu entfernen. Und Hakimi findet Lukaku! Und Lukaku... ... und setzt Inter auf der Front-Foot. Mit drei Räsen vorwärts. Hakimi ist einer von ihnen. Und kann er ihn verraten? Er kann! ... und er hat sich gewonnen. ... und der Europäische Saison. ... und der Schachter-Kampagne in der Liga Europäische Saison. ... und der Schachter-Kampagne in der Liga Europäische Saison. ... und jetzt, hier sind wir hier wieder. Wir sind nicht in der Lage. Hakimi geht, er hat sich verletzt. Ihr wisst, jetzt hat er eine Chance. ... und jetzt hat er eine Chance. ... für Benzema. Vendemann, Vendemann, Fisaria, Vendemann! Boll! Litz, saubere Passos im Zentrum. Guerrero mit Witzel. Längste Hakimi. Hakimi, Hakimi! Auschwitz! Überzahlter auf der Seite, Sancho. Hakimi. Hakimi, Haaland, 3-0! Und wäre plötzlich ein Jäger. Wer weiß, vielleicht tut es dieser Mannschaft noch gut. Götze mit der Pass. Hakimi raht ihn vor. Und sie haben einen Mann über. Hakimi hat ihn nicht brauchen. Er macht ihn am Ende. Und schaut, wer er ist! Es ist Jadon Sancho für Dorf! Brotovic. Das ist Jadon Sancho. Fresse, Alexi. Es geht nach Ras. Hakimi, der hat er gewonnen. Der Defensor hat eine gute Kugel. Lukeku! Welche Überraschung erhält dieses Spiel. Aschraf, Hakimi. Er spielt in der Position der Angelegenheit. Er spielt auf diese Spiel. Er spielt auf der Seite. 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 Er spielt in einem europäischen Wettbewerb. Er spielt sich vorbelastete Spieler bei den Dortmundern. Kustazan. Kustazan. Hakeimi. Jetzt Hakeimi. Kustazan. Kustazan. Er spielt mit dem EIN. Hakeimi. Und er spielt ein wunderbarer Ball. Es ist der Abend, wo Altschraf Hakimi kommt mit einem Aide. Hakeimi. Blu Kappel. Hakeimi. Hakeimi. Er spielt in die Strafung. Er spielt in die Strafung. Und ein Ball. Er spielt in die Strafung. Er spielt in die Strafung. Er spielt in die Strafung. Und jetzt geht sie ab. Die wilde Fahrt über Hakeimi. Hakeimi vorbei, ein Hinteregger. Und das nächste Mal mit Tempo. Und in der Mitte ist Hazard! Die schießen die hier in ein paar Sekunden. Und das ist ein Einmal mit dem Tor. Einmal mit dem Tor. Es ist nicht möglich. Aber Josef Pemac mit dem Inter nicht gewinnen. Sie haben niemals gewonnen. Hakeem, Matteo Darmbian, das wiederum von Skagliari. Und Darmbian! Sancho hat sich mit Barone Borella gespielt. Sancho hat sich mit dem Partner auf der Seite der Flanke auf den Weg. Hakimi. Jetzt ist es Hakimi gegen Darbo. Das ist ein Geist. Sancho hat sich mit dem Partner auf der Seite der Flanke. Hakimi! Hakimi mit Reus in vollen Sancho mit 16 m. Reus. Hakimi mit Schachter. Tico, in ihrer Die Stadion muss in der Stadion gehen. Untertitelung des ZDF, 2020